Leute, es gibt mal wieder ein neues Experiment heute und zwar hatten wir das in der letzten Season mal. Kann man sich als Mystique in ein Werwolf, Huhn oder vielleicht sogar ein Wildschwein verwandeln? Das testen wir heute als Experiment, Leute. Und wenn ihr wieder Experimente sehen wollt, dann lasst gerne einen Like da. Ich liebe diese Dinger, die müssen auch jetzt mal wieder öfters kommen. Und benutzt den Creator Code Savile, wird mich auch wirklich krank freuen, Freunde, jetzt zur Unterstützung für den Creator. Weil der Creator wird einfach jeden Monat mittlerweile zurückgesetzt. Das ist nicht mal wie damals. Ihr müsst ihn jede zwei Wochen einmal jetzt reinmachen und sogar jetzt nochmal jeden Monat. Aber ja, so viel dazu. Würde mich einfach nur freuen. Wir gehen jetzt rein und testen dieses Experiment. Mal schauen, ob das Ganze klappen wird. Viel Spaß damit und let's go. So Leute, wir befinden uns jetzt hier erstmal in Pleasant Park. Und wir testen das mal im Laufe des Spiels einfach mal aus. Aber zuerst muss ich mich erstmal hier konzentrieren und die ersten Paulis hier wegholen. Ah, da chillt einer bei der Tankstelle. Und ihr könnt natürlich schon mal... Okay, was hast denn du gesucht? Wolltest du etwa Benzin auftanken oder was? Ja, Leute, der hat ein bisschen verkackt hier. Was haben die da jetzt vor? Ey, die Falten gegeneinander! Die Falten! Die Falten! Bruttus, hör auf! Okay, nice. Okay, ich glaube, der ist total lost, Freunde. Ja, der ist total lost. Ja, okay, ja, okay. Das war ein Bot, ganz klar. Und ihr könnt mir mal gerne in die Kommentare reinschreiben, wie ihr bis jetzt die Season findet, Freunde. Von der Skala von 1 bis 10. Und wir haben natürlich heute auch noch ein paar News in dem Video. Nicht so viele, wie sonst aber dennoch ein paar natürlich. Und wie gesagt, ich habe es in dem letzten Video schon mal gesagt. Für mich ist die Season eine klare Acht, Freunde. Halt ja einfach Bock, die Season. Es ist einfach eine richtig nice Season. Es gibt viele neue Sachen und ich denke, viele von euch werden die Season auch feiern. Denke ich. Ey, was macht denn der? Der macht... Leute, der Typ hat einfach eine Mode gemacht und dachte sich, er macht jetzt einfach eine Hechtrolle. Alter, wer bin ich jetzt normal? Mach mal halblang, ja? Oh mein Gott. Ich zeige euch ehrlich. So langsam, aber sicher. Ey, er baut auch Schiefbitturm von Pizza. So, den hole ich jetzt erstmal runter hier. Komm her jetzt. Und, äh, wurde ja schon getötet. Ja, okay, nice one. Ich glaube, das waren jetzt erstmal alle. Ja, der Plässenpark geht manchmal richtig ab, ne? Nachher gehen wir auf jeden Fall auf die Jagd zu den Tieren. Und ja, wie gesagt, für mich ist die Season eine Skala von 8. Und, ähm, ja, kommen wir auch schon zu dem ersten Leak, Freunde. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ich hab kurz weggeschaut, das war bis jetzt nicht so gut. Zum Glück hab ich direkt gebaut. Von wo denn jetzt noch? Ey, das sind solche kleinen Pisser manchmal hier drin. Chillt mal bitte kurz. Lass mich kurz heilen. Ganz entspannt, ne? Der haut mich runter. Ey, das ist so ein... Lexa-Skin. Einer meiner Lieblingsskins muss ich jetzt töten. Ey, Junge, warte, die sterben einfach nicht. Komm schon. So, da links ist jetzt nochmal... Ja, ich komm mir grad so... Okay, der... Der Typ ist komplett lost. Nein, 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 die... Ey, Lexa, du bist so eine Hässlige. So, Freunde. Jetzt haben wir hier, glaub ich mal, alle eliminiert. Glaub ich jetzt mal. So, dich hol mir mit dem Bogen jetzt weg. Weil der hat mich richtig aufgeregt. So, hau rein, Digga. Du Blödmann. Und zwar... Kommen wir zu einem kleinen Leak. Wir haben ja mittlerweile... Vier von den sieben... Ja? Entdeckt. Und es fehlen noch drei Stück. Die blende ich euch gleich mal hier ein. Und... Ey, was macht... Digga, ist der total... Ist der blöd? Was macht der denn? Der crouch da einfach rum. Aber nun gut. Wir wissen ja wahrscheinlich, dass einer von den sieben The Rock ist. Und die anderen... Keine Ahnung. Also drei Stück müssen noch revealed werden. Und sobald es da neue Infos gibt, Freunde, werdet ihr es bei mir natürlich zuerst erfahren. Ganz klar, Freunde. Ihr wisst, wir haben aktueller als aktuell. Ich hab gesehen, manche YouTuber haben das mit The Rock einen Tag später gemacht. Ich war schon bereit. Und hab das Ganze schon abgeloadet, Menschenskinder. So, als nächstes sind wir hier jetzt gerade mal bei dem Holzfäller-Typ. Bei dem war ich noch nie. Ich gucke jetzt mal, was der uns gibt. Mal gucken, was der machen kann. Keil. Ah, okay. Holz gewöhnlich können wir farmen. Das machen wir erst mal. Und wir können noch Baumaterialien sammeln. Nice one. Nehmen wir erst mal an. Und hier... Jetzt lass mich doch mal die Shotgun nehmen. Das wäre nett. Och, Mann. Okay, er gibt uns nicht die Shotgun. Danke dafür. Hier habe ich auch jetzt gerade Wildschweine oder Wölfe gesehen. Wo waren die denn? Ich glaube, da oben. Oder? Ja, da oben links. Aber da vorne ist erst noch mal einer. Hat der auch einen Bogen am Start? Viele haben auch die Bögen. Aber ich sage euch ehrlich, das ist der geilste Bogen hier mit dem Feuer. Und welcher Bogen halt auch noch geil ist. Mit dem Bogen, wo ihr halt so, ja, so springen könnt. Wie so eine... Wie so eine... Ach, wie heißt denn das jetzt? Das ist liederne Granate, Leute. Ich bin einfach lost gerade. Ich bin einfach lost. Aber gut, kommen wir zu dem nächsten Ding. Und zwar wird es einen neuen Fisch geben. Den Kaddelfisch. Und es gibt eine Person auf Twitter, die das Ganze schon mal getestet hat, wie viel Damage dieser Fisch machen wird. Ihr habt richtig gehört, Freunde. Dieser Fisch wird Damage machen. Und wie oder was, haben wir noch keine Ahnung. Und da vorne sind erst mal Wölfe. Warte mal. So. Jetzt gucken wir gleich mal, ob wir uns in Wölfe verhandeln können. Aber zuerst mal will ich mal was testen. So, kommt mal her jetzt. Kommt mal her. Okay. Eigentlich schon krass. Ihr tötet einen. Und das Fleisch von dem gibt ihr einfach dem anderen. So, jetzt ne mal. Jetzt temmen wir das. So, komm mal her. Wir zähmen dich jetzt mal. Und jetzt haben wir auch schon den Wolf auf unserer Seite. Warte mal. Es wird auch interessiert, wenn wir ihn abschießen. Schießt der uns dann... Äh, greift der uns an? Ja, okay. Der greift uns an. Shit. Aber warte mal. Ich hab eine Idee. Wir könnten mit dem Taxi den Wolf einfach weiter in die Zone holen. Weil das ging ja damals mit den Superhelden mit Wolverine und so. Dass euch die ganze Zeit hinterher gelaufen ist. Vielleicht können wir das mit dem Wolf auch mal machen. Warte mal. So. Okay. Okay, okay, okay. Er kommt uns hinterher. Ich will den weiter in die Zone holen. Komm, komm. Nice. Er greift uns an. Ich glaube ich muss ihn nochmal anhitten. Steigt mal kurz aus dem Auto aus. So. Okay. Er kommt runter. Oh, die Zone ist relativ weit weg. Jetzt geht's weiter. Weiter geht's. Ey, nein, 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 nein. Nein, nein, bitte, 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 bitte. Keil, 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 Keil. Ey, das ist so ein... Digga, hör auf, den Wolf abzuballern. Das ist doch so ein... Ey, wehe. 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 Ey, der... Keil, Mann. Digga, das ist so ein Pisser. Wegen dem haben wir den Wolf jetzt nicht mehr. Jetzt muss ich einen neuen Wolf gleich holen. Ich tick aus. Ey, Leute, egal. Wir wollen das Ganze jetzt eh noch mit Hühnern testen und Wildschweinen. Deswegen gehen wir jetzt erstmal in die Zone und dann gucken wir, ob wir uns gleich verwandeln können. Oh, da ist schon mal ein Huhn. Zu spät gesehen. Tut mir leid. Aber kommen wir zurück zum Cuddelfisch. Und zwar, er hat vier Tests durchgeführt, dieser Typ auf Twitter. Und der Fisch hat ein Damage von 105. 175. Nochmal 105. Und der Testnummer 4, 70 gemacht. Also, mal gucken, was für ein Damage das dann auch wirklich sein wird. Und hier haben wir ein Wildschwein. Oh, 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 oh. Die kann mir ja gar nicht zähmen, was ich echt schade finde. Vielleicht klappt das. Okay, klappt leider nicht. Also, Wildschweine finde ich echt blöd. Die sind einfach nur da zum Angreifen. Richtige, richtige Ratios. Ratios. Und ja, Leute, der Kaddelfisch wird demnächst auch rauskommen. Und gucken wir mal, was das Ganze dann für ein Fisch wird. Also, bis jetzt sieht es ganz gut aus. Wir haben richtig viele Mets. Acht Kills. So stabil. Und wir könnten hier gleich mal mit Mystique das Ganze probieren, ob wir uns gleich verwandeln können, Leute. Das wäre so krank, ne? Es könnte schon sein, ne? Dass Fortnite es einfach reingebracht hat. Och, nee. Ich muss erst mal in die Zone. Der Boss hier muss weg. Der muss weg. Nein, nein, nein. Tut mir leid, tut mir leid, tut mir leid. Ich muss weg. Nein, 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 nein. Ich habe nur noch 49 AP. Chirma, bitte. Chirma, bitte. Chirma, bitte. Hey, und da ist ein Gegner. Chir, chill, chill, chill. Da darf ich nicht sehen. Ich muss kurz einbauen und heilen. Bitte, bitte, bitte. Nicht sterben. Okay, Minis. Nochmal Minis. Und jetzt könnten wir den einen holen. Oh, nice, nice, nice. Da vorne sind Wildschweine und ein Huhn. Perfekt für unser Experiment gleich. Wir probieren das Ganze mal gleich bei einem Huhn aus, Freunde. Beim Wolf wollte ich es ja gerade probieren, aber Kyle hat uns eine Strich durch die Rechnung gemacht. Huhni, Huhn. Tut mir leid, ich habe dich jetzt gerade getötet. So, wir holen wir erst mal das ab und wir gucken, ob es geht. Und... Eiii. Ich dachte, wir kriegen den Hühnerkopf oder so. Okay, warte. Vielleicht klappt es mit dem Wildschwein. Vielleicht klappt es mit dem Wildschwein, Leute. Wir holen jetzt aber auch noch mal den Wind. Mal gucken, ob wir den Stick einsetzen können. Und... Geht leider nicht, nur wenn wir jemanden töten. Aber wir finden jetzt gleich noch mal Wölfe. Vielleicht klappt es mit Wölfen, Freunde. Ich hoffe, wir finden noch mal Wölfe. Wenn nicht, dann müssen wir uns mit dem zufrieden geben. Aber ich finde es schade, dass Wildschweine nicht das Fleisch nehmen. Egal, wir huhnen jetzt den Wind, Freunde. Darauf kommt es jetzt auch noch an. Jetzt chillt mal. Chillt doch mal. So, komm mal her. Huhni, Huhn. Schade. Man kann sich nicht in Hühner, Wildschweine verwandeln. Werwölfe werden es noch krass. Aber ich denke, wenn es mit denen nicht geht, dann wird es anders, denke ich mal, auch nicht gehen. Und wir huhnen jetzt erstmal den Wind, Freunde. Das ist jetzt erstmal das Wichtigste gleich mal. Bei Holy Hedges müssen Self-Fächer sein. Kann ich mir nicht vorstellen. Es liegen noch sieben Leute. Wir könnten hier eine stabile 16-Kills-Runde machen. Okay, da fighten die. Nice one. Huhn, helf mir. Komm schon. Und. Ui, 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 ui. Okay. Was ist er denn? Ich muss nachladen. Ich vergesse immer manchmal nachts. Oh Gott, mein Aim, Leute, bitte. Verurteilt mich nicht für meinen Aim. Das ist so grotten manchmal, das Aim. Ey, oh Gott, oh Gott. So, jetzt aber. Ah, da kommt ja noch mal einer. Chill, 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 chill. Chill. Ich hab den doch 180 oder so abgezogen. Okay, der ist down. Es war aber echt peinlich, wie wir den weggeholt haben. Schauen wir mal auf hier. Oh mein Gott. Ey. Bitte, Leute. Das habt ihr gerade nicht gesehen, wie ich gerade gespielt hab. Ähm, nein. Äh, äh. Ich glaub, das muss ich eigentlich wegkappen. Aber gut. Okay. Noch drei Leute leben. Elf Kills. Äh, wir können noch hier gute 14 Kills machen. Aber wo sind denn die anderen? Das würde ich mich gerade fragen, ja? Oh. Ein Whipsplash in der Garage. Wir können damit mal das schnell holen. Und jetzt vielleicht noch mal ein bisschen eine kleine Rutschpartie mit dem Auto machen. Oh, da ist noch mal ein Huhn. Komm mal her. Huhni, Huhn. Nein, bleib doch hier. Bleib hier. Da vorne ist jemand. Okay, der baut nicht. Sehr gut. Sehr gut. Chill doch mal. Okay, er baut. Nein, gut. Schade. Schade, ey. Ey, ich muss sagen, die AR, die tut schon richtig gut Damage machen. Und, Digga, hör doch auf. Der wird die ganze Zeit weiterbauen. Der hört damit nicht auf. Jetzt. Endlich, Mann. Und da hinten ist auch noch mal einer. Sehr schön. Aber den holen wir erst mal. So. Zwei Leute leben noch. Let's go. Okay, Freunde. Wieder ein Snowman, du. Warum spielen so viele Leute Snowmandos? Das frage ich mich. Komm schon, Baby. Was macht der denn? Okay. Er hat ja wahrscheinlich nichts mehr zum Bauen. Und nur noch ein einziger. Bäm. Let's go. Freunde, das könnte der Win wieder werden. Oh, da ist er auch schon. Da ist er. Ich werde mich mit ihm anfreunden vielleicht, Freunde. Aber es kann sein, dass es ein Bot ist. Ich glaube, das ist ein Bot, so wie es aussieht. Oder? Warte mal. Wir probieren es doch mal. Ah, ich glaube, das ist ein Bot. Ja. Mhm. Ja, ja. Das ist jetzt ein Bot. Gut. Tut mir leid, Bottybot. Aber ich wollte dich hops nehmen. Uh, 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 uh. Alter, chill doch mal jetzt. Was geht denn bei dem? So, jetzt reicht es mir. Freunde, das war es mit dem Video. Wir haben es probiert, aber man kann sich leider nicht verwandeln. War ein cooles Experiment hier auf jeden Fall. Mal gucken, ob ich noch einen coolen Emote habe. Schade. In diesem Sinne, hol da rein. Ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Bis dann, lasst ein Like da und benutzt den Creator-Code Seville. Ciao, ciao.